Denke an eine Frucht, die imstande ist, den menschlichen Körper von innen heraus zu verbessern. Sie kommt nicht aus einem exotischen Dschungel oder aus einem abgelegenen Teil der Welt, sondern liegt vermutlich gerade jetzt in deinem örtlichen Supermarkt. Dieses Wunder der Natur ist der Granatapfel, eine reiche Quelle an Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien. Doch was genau passiert, wenn du entscheidest, diesen saftigen, rubinroten Köstlichkeitstropfen in deinen täglichen Speiseplan aufzunehmen? In diesem Video untersuchen wir die Auswirkungen des täglichen Verzehrs von Granatäpfeln auf den menschlichen Körper. Das passiert, wenn du jeden Tag Granatäpfel isst. 1. Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems Granatäpfel sind reich an Antioxidantien, Stoffen, die imstande sind, oxidativen Stress und Entzündungen im Körper zu bekämpfen. Beide Faktoren spielen eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Herzerkrankungen. Durch die regelmäßige Aufnahme von Granatäpfeln in die Ernährung kann der oxidative Stress verringert und die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems verbessert werden. Studien haben gezeigt, dass der Verzehr von Granatäpfeln den Blutdruck senken und die Ansammlung von Plagg in den Arterien reduzieren kann, was das Risiko von Herzerkrankungen verringert. 2. Unterstützung des Immunsystems Neben ihrer Rolle für das Herz-Kreislauf-System können Antioxidantien auch das Immunsystem unterstützen. Sie stärken das Immunsystem, indem sie helfen, die Zellen des Körpers vor Schäden durch freie Radikale zu schützen. Granatäpfel enthalten verschiedene Arten von Antioxidantien, einschließlich Flavonoide und Anthocyanine, die dazu beitragen, den Körper besser gegen Krankheitserreger wie Viren und Bakterien zu verteidigen. 3. Förderung der Verdauung Granatäpfel sind eine gute Quelle für Ballaststoffe, die essentiell für eine gesunde Verdauung sind. Ballaststoffe erhöhen das Sättigungsgefühl und können somit dabei helfen, ungesundem Naschen zwischen den Mahlzeiten vorzubeugen. Darüber hinaus tragen sie dazu BI, den Darm zu reinigen, indem sie die Ausscheidung von Abfallprodukten fördern. So wird nicht nur die Verdauung verbessert, sondern auch die Darmgesundheit insgesamt gefördert. 4. Unterstützung der Hautgesundheit Die in Granatäpfeln enthaltenen Antioxidantien sind nicht nur gut für das Herz und das Immunsystem, sondern können auch dazu beitragen, die Gesundheit der Haut zu verbessern. Sie helfen, die Haut vor Schäden durch freie Radikale zu schützen, welche zu vorzeitiger Hautalterung führen können. Die regelmäßige Aufnahme von Granatäpfeln in die Ernährung kann also dabei helfen, die Haut länger jung und gesund zu halten. Hey, bevor du weiterschaust, möchte ich dir gerne was zeigen. Du träumst von deinem optimalen Körper, weißt aber nicht, wie du starten sollst? Mit dem Maximumprinzip von Coach Cecil wird dieser Traum zur Realität. Entdecke den wissenschaftlich fundierten Weg zu bester Ernährung und Gesundheit und lass dich Schritt für Schritt zu deinem Traumkörper begleiten. Warum warten, wenn dein Maximum nur einen Klick entfernt ist? Den Link zum Programm findest du jetzt in der Videobeschreibung. 5. Verbesserung der Gelenkgesundheit Granatäpfel verfügen über entzündungshemmende Eigenschaften, die dazu beitragen können, Schmerzen und Schwellungen im Zusammenhang mit Arthritis und anderen Gelenkerkrankungen zu lindern. Eine tägliche Portion Granatapfel kann also dabei helfen, die Beweglichkeit der Gelenke zu erhalten und die Lebensqualität von Menschen mit Gelenkerkrankungen zu verbessern. 6. Verbesserung der Gedächtnisleistung Es gibt Hinweise darauf, dass der regelmäßige Verzehr von Granatäpfeln dazu beitragen kann, die Gedächtnisleistung zu verbessern. Dies könnte auf ihre antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften zurückzuführen sein, die dazu beitragen können, die Gesundheit des Gehirns zu unterstützen. Granatäpfel können also nicht nur dabei helfen, den Körper gesund zu halten, sondern auch dabei, den Geist scharf zu halten. 7. Unterstützung des Gewichtsmanagements Aufgrund ihres hohen Ballaststoffgehalts können Granatäpfel dazu beitragen, das Sättigungsgefühl zu erhöhen. Dies kann dazu beitragen, die Kalorienaufnahme zu begrenzen und das Gewichtsmanagement zu unterstützen. Eine tägliche Portion Granatapfel kann also ein nützlicher Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung sein, die darauf abzielt, ein gesundes Körpergewicht zu halten oder zu erreichen. Die Entscheidung, Granatäpfel täglich in die Ernährung aufzunehmen, kann eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen bieten. Diese reichen von der Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems über die Förderung der Verdauung und der Hautgesundheit bis hin zur Verbesserung der Gelenk- und Gedächtnisgesundheit. Obwohl weitere Forschungen erforderlich sind, um alle gesundheitlichen Vorteile von Granatäpfeln vollständig zu verstehen, gibt es genügend Hinweise darauf, dass der regelmäßige Verzehr von Granatäpfeln einen positiven Beitrag zur Gesundheit leisten kann. Das waren die möglichen Auswirkungen des täglichen Verzehrs von Granatäpfeln auf den menschlichen Körper. Wenn du bereits Erfahrungen mit dem täglichen Verzehr von Granatäpfeln gemacht hast, würden wir uns freuen, wenn du deine Geschichten in den Kommentaren teilst. Falls du das Video hilfreich fandest, teile es bitte mit deinen Freunden und deiner Familie, damit auch sie von den gesundheitlichen Vorteilen der Granatäpfel erfahren können. Um keine neuen Gesundheits- und Ernährungstipps zu verpassen, abonniere bitte unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Bleib gesund und bis zum nächsten Video!